So, und dann bin ich ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich mit euch gerne mal wieder über Kupfer sprechen oder beziehungsweise über Kupferbarren und ob die sich als Anlage lohnen. Und falls sie sich vielleicht nicht lohnen sollten, was man denn unter Umständen als Alternative machen kann. Und ja, das ist ein Thema, da hat mich neulich mal wieder einer nachgefragt. In den Kommentaren habe ich gedacht, ja gut, dann können wir das ja auch mal wieder machen, ist ja kein Problem. Und da ich heute sowieso gerade Zeit habe, habe ich gedacht, komm, mach's das mal, weil das ist wirklich auch ein interessantes Thema, worüber wir auch relativ lange nicht mehr gesprochen haben. Wir haben ja immer mal wieder diese Videos gemacht, wie man mit Kupfer gut Geld verdienen kann. Aber das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema. So, darüber möchte ich mit euch heute gerne drüber sprechen. Es gibt ein paar Sachen, über die wir uns mal unterhalten sollten, wenn man sich dafür interessiert, unter Umständen in sowas zu investieren oder Geld anzulegen oder was auch immer. Es gibt auch ein paar coole Umstände, wie sich das auf jeden Fall immer lohnen kann. Und ja, das wollen wir heute mal machen. Und damit starten wir jetzt auch mal direkt. Also, primär, was ist es denn, was die meisten Leute denken, woran die meisten Leute denken, wenn man von Kupfer als Anlage und so weiter spricht? Das sind natürlich erstmal, denke ich mal, Barren. Es gibt natürlich auch Kupfermünzen, aber die sind wirklich für das Metall an sich viel zu teuer. Natürlich sind die Barren das irgendwie auch, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber das Erste, wo natürlich die meisten Leute dann dran denken, sind solche Barren wie dieser hier. Das ist so ein 1 kg Feinkupferbarren von, das ist übrigens alles Feinkupfer, was hier auf diesem Tisch liegt, ja. Das ist ein 1 kg Feinkupferbarren von der Leipziger Edelmetallverarbeitung. Ein schöner Barren, ja, definitiv. Ein sehr, sehr schöner Gussbarren und wirklich auch was Schönes fürs Auge, was man sich gut angucken kann. So, solange er in dieser Folie ist, ja, holt man den da raus, wird er schwarz und zwar wirklich richtig schwarz. Bei dem hier sieht man das jetzt schon so ein bisschen, ja, der ist schon viel dunkler und hier unten wird er sogar schon ziemlich schwarz. Aber Kupfer wird schwarz, wenn man das nicht eingeschweißt hat, ja, also dieser hier würde das ebenfalls tun. So, was ist jetzt die Problematik mit so einem Barren hier? Erstmal ist ja natürlich, sprechen wir erstmal über die positiven Sachen, lagern kann man die sehr, sehr gut, ja. Die sind in so einer perfekten Form dafür, dass man wirklich sehr viel auf einen sehr, sehr kleinen, in sehr, sehr kleinen Platz reinbekommt, ja. Das, denke ich mal, ist klar. So, jetzt ist es allerdings natürlich so, dass diese Barren sehr, sehr hohen Prägeaufwand haben im Vergleich zu dem Materialwert, den sie haben. Ja, Materialwert von diesen Barren wäre heute an der Börse 7,80 Euro von einem solchen Barren, ja. Und das ist noch nicht mal der Preis, den man tatsächlich dafür bekommen würde. Würde man die verkaufen, nur für den Kupferwert würde man, ja, vielleicht so um die 7 Euro bis 7,50 Euro dafür bekommen. So, das ist jetzt natürlich nur, wenn man es tatsächlich an irgendeinem Kupferrecyclingunternehmen verkauft, ja. Wenn man das an Privatverkauf bekommt, bekommt man normalerweise auch den Preis wieder dafür, den man gezahlt hat. Und das wäre in diesem Fall 45 bis 55 Euro, je nach Zustand des Barrens und auch der Verpackung, natürlich, ja. Das ist also schon ziemlich teuer, ja. Also ich denke mal, die meisten von euch werden mir da zustimmen. Das ist ziemlich teuer für einen Barren, der eigentlich nur knapp 8 Euro wert ist, nicht mal, ja. Und das ist natürlich ein Problem. Da haben wir 500% Aufschlag, mehr sogar als das unter Umständen. Das ist nichts, wo man sagen kann, dass sich das tatsächlich lohnen würde. Ein sonderbarer Umstand bei diesen Barren ist allerdings, dass die tatsächlich mit der Zeit einfach trotzdem im Wert gestiegen sind. Ich habe diese Barren hier damals für, ich glaube, paar und 20 Euro gekauft, ja. Da habe ich auch damals mal so ein Video drüber gemacht. Das ist so ein super kurz, das war in dieser Anfangszeit, dass ich angefangen habe, hier auf dem Kanal Videos zu machen. Und da war ich natürlich auch noch viel jünger, ja. Das war vor 5, 6, fast 6 Jahren jetzt. Und das ist natürlich so eine Geschichte, das Video, das, wie gesagt, das war irgendwie 3 Minuten lang oder so. Und ich habe da irgendein Zeug gelabert von wegen des Kupfer, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, in diesem Video hatte ich diesen, nicht diesen, aber einen dieser Barren schon mit dabei. Und ich habe damals paar und 20 Euro dafür bezahlt. So. War auch noch viel zu teuer, weil war von Kettener Edelmetalle. Aber gut, da kann man jetzt leider auch nichts machen. Aber die Sache ist, dass die heute trotzdem doppelt so viel wert sind. Und ich kann mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, warum zur Hölle. Aber ist so, ja. Wenn man sich auf Ebay anguckt, für was diese Dinger hier verkauft werden. Wie gesagt, 45 bis 50 Euro kann man dafür definitiv bekommen. So. Das ist auch definitiv was, wo man sagen muss, ja. Bekommt man günstiger bei manchen Händlern im Internet? Ja, ich hatte hier auch mal so mit einem geschrieben, der die 1 Kilogramm Barren so 30 bis 35 oder sowas um den Dreh verkauft hatte. Das ist aber auch schon eine lange Zeit lang her. Also ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich auch noch der Fall wäre. Aber, ja. Das sind eben solche Geschichten. Kann man definitiv dafür kaufen. Kann man für einen anderen Preis verkaufen. Das ist schwierig mit diesen Barren einfach. Letztendlich muss man sagen, die lohnen sich eigentlich nicht so wirklich. Ja. Kann man eigentlich jetzt nicht unbedingt behaupten. Weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die sich in den nächsten Jahren dann nochmal extrem im Preis erhöhen. Weil wo wollen wir denn dann sein bei einem Barren wie diesen hier mit einem Materialwert von einem Zehner bei 100 Euro oder was? Also das bezweifle ich ehrlich gesagt. Es ist ganz schön, so einen Barren zu haben. Vielleicht auch, wenn man Metalle sammelt oder so, dann ist es definitiv was. Weil dann hat man natürlich einen sehr, sehr schönen Barren an Kupfer. Den man als die Repräsentation zum Beispiel für das Metallkupfer benutzen kann. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Aber als Anlage würde ich die definitiv nicht empfehlen. Die sind einfach viel zu teuer. Also da kann mir wirklich keiner erzählen. Die sind einfach wirklich viel zu teuer. So. Eine Alternative dazu wären diese Dinger hier. Die habe ich gemacht, diese Barren. Das ist kein besonders gutes Beispiel. Deswegen habe ich die noch nicht verkauft. Aber das sind Barren, die ich ab und zu mal früher gemacht habe. Vor ein paar Monaten bzw. ja, habe ich immer mal wieder solche Kupferbarren gemacht. Und habe die dann immer auch mal wieder verkauft. Das hier ist jetzt ein 500 Gramm Kupferbarren. Der wiegt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wahrscheinlich wiegt der 550 oder so um den Dreh. Aber die wiegen normalerweise so um die 500 Gramm. Diese Dinger hier habe ich verkauft für 10 Euro pro Stück. Das ist immer noch mehr als das Doppelte vom Kupferpreis. Kommt halt drauf an, was man möchte. Aber die gehen für 10 Euro, gehen die wirklich super schnell weg. Und ich habe die zeitweise auch mal für 15 verkauft. Das ist auch kein Problem. Das dauert einfach länger. Wenn man davon viele produziert, wirklich für 10 Euro. Da kannst du die nicht schnell genug schmelzen, dass sie weggehen. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Die hatten bei mir dann normalerweise auch noch so eine Aufprägung. Aber diese hier halt nicht, weil wie gesagt, habe ich nicht vor, den zu verkaufen. So. Die gute Sache in diesen Geschichten ist, dass man die auch selber machen kann. Schlechte Sache daran ist, dass das Equipment, was man dafür braucht, relativ kostspielig ist. Also ich denke mal, mit 500 Euro ist man ganz gut dabei. Mit einem guten Ofen und all dem Werkzeug und den Formen und was weiß ich was. Pipapo, tralala, was man dafür sonst noch so braucht. Und man braucht natürlich auch das Kupfer dafür. Das heißt, das muss man auch irgendwo herbekommen. Das würde einen normalerweise, wie gesagt, wenn man es vielleicht von irgendeinem Schrotthändler oder so kauft. Ich denke mal so 7 bis 8 Euro pro Kilo kosten. Wenn man das von dem kauft. Man kann allerdings, und da kommen wir jetzt auch schon gleich auf die nächste Alternative dazu. Auch einfach zum Beispiel solche, also jetzt nicht unbedingt solche Sachen. Solche Sachen bekommt man eigentlich nur, wenn man das wirklich in großen Mengen auch für viel Geld ankauft. Aber eben Kabel. Kabel sind eine super Quelle für sehr, sehr hochreines Kupfer. Das ist das Gleiche, was auch hier drin ist. Das hat die gleiche Reinheit und die gleiche Qualität. Und das ist wirklich was. Das braucht man nicht einzuschmelzen. Kann man so, wie es ist, hinlegen. Ist so, wie es ist, im Prinzip Anlageware. Wie gesagt, pro Kilo hat das hier im Prinzip den gleichen Wert wie das oder das. Es ist alles das Gleiche, nur manche sieht halt ein bisschen schöner aus als das andere. Und manches bekommt man eben für viel weniger Geld als anderes. So, hierfür, für sowas, wenn man das jetzt als Kabel kauft, wäre ein realistischer Preis, den ich heute zahlen würde. Vielleicht, ja, bei den heutigen Kupferpreisen, bin ich jetzt lange nicht mehr im Markt drin gewesen. Aber ich würde sagen, 5,50 oder so würde ich dafür durchaus bezahlen. Ja, pro Kilo. So, natürlich hat man da dann noch Isolation, ja, die noch ab muss. Isolierung, Isolation, wo kam das denn jetzt her? Isolierung, die muss natürlich runter. Das sind bei Kabeln mit der Dicke normalerweise 5%. Ich würde immer 10% mit einrechnen, weil man weiß ja nie. Und dementsprechend hat man dann das, das Kupfer, was man als Anlage verwenden kann. Kann man das auch umsonst bekommen. Natürlich, wenn es irgendjemand wegwirft, kann man das umsonst bekommen. Normalerweise werden da nur kleinere Sachen weggeworfen. Aber es ist ja auch nicht schlimm, weil es ist das gleiche Kupfer. Das gleiche 4,9er Kupfer ist in allen Kabeln drin. Also, wenn es wirklich reines Kupfer ist. Ja, manches ist mit Zinn oder so beschichtet, was es nicht unbedingt weniger wert macht, weil Zinn natürlich wesentlich mehr wert ist als Kupfer. Aber es wird als weniger angekauft, weil es als unreines Kupfer gilt. Und das Zinn nicht wirklich recycelt werden kann, was da drauf ist. Ja, das wird normalerweise dann als Schlacke dann weggeschmissen. So, das ist noch nicht viel. Ja, das ist wesentlich weniger als 1%. Also, wenn man das einschmelzt, dieses... Oder einschmelzt, wie sagt man das eigentlich? Ist mir auch egal. Wenn man das einschmelzt, sage ich jetzt einfach mal so, dann ist es so, dass diese Barren immer noch fast 100% reines Kupfer sind. Ja, man kann dann nicht wirklich feststellen, dass da irgendwas an Zinn drin ist. Wahrscheinlich, weil das einfach auch größtenteils verbrennt oder was weiß ich, was damit passiert. Das ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat das nicht wirklich eine Auswirkung darauf, wie viel Kupfer das ist. Also, das findet man in Mülltonnen auf dem Sperrmüll. Wenn es sowas bei euch gibt, kann man solche Kabel immer wieder finden. Und in allen Kabeln ist das gleiche Zeug drin. Egal, ob die jetzt so groß sind oder zwei Millimeter dick, das ist völlig irrelevant. Da ist das gleiche 4,9er Kupfer drin. Wenn es nicht angelaufen ist, dann natürlich weniger. Aber ja, das kann man also definitiv immer verwenden dafür, um im Prinzip für lau, also für gar nichts an Geld, eine Anlage zu haben in Metalle, die über die Zeit hinweg sich eben mit dem Metallpreis verändert. Und ich denke mal, das ist eine ziemlich coole Geschichte, weil man normalerweise natürlich heutzutage für alles Mögliche einen Haufen Geld ausgeben muss. Sei es jetzt für Silber oder Gold oder auch für Kupferanlage-Geschichten, wie auch immer. Diese Sachen kann man wirklich komplett umsonst bekommen. Sehr cool, habe ich bis jetzt sonst noch nirgendwo bei irgendwas anderem gesehen. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Wie gesagt, bei Barren, die können sich lohnen unter Umständen, wenn man sie zu den richtigen Preisen kauft. Wenn man jetzt natürlich so einen Barren kaufen kann für 15 Euro oder so, dann ist das natürlich super. Ja, weil wie gesagt, die kann man für viel mehr verkaufen, für mindestens mal das Doppelte. Und dementsprechend ist das natürlich klasse. Ja, es kommt immer auf den Preis an. Aber wie gesagt, bei 45 bis 50 Euro würde ich sagen, dass sich die definitiv nicht lohnen. Diese hier kann man machen. Ja, wie gesagt, also die haben eben relativ hohe Produktionskosten. Das ist eben diese Geschichte mit Produktionskosten. Die sind für einen Kilo Barren immer gleich. Ob das jetzt ein Kilo Gold, ein Kilo Silber oder ein Kilo Kupfer ist, die sind gleich. Komplett, strikt gleich. Das heißt, man hat leider den Umstand, dass man, wenn die alle gleich sind, dass die nun mal viel weniger bei einem Kilo Gold, was über 50.000 Euro kostet, ins Gewicht fallen, wie bei einem Kilo Kupfer, was 8 kostet. Dementsprechend ist das eben so eine Geschichte, muss man bedenken. Ja, das ist eben so. Und da kommt man auch leider nicht drum rum, weil die müssen ja irgendwie produziert werden. Bei diesen hier hat man den Vorteil, dass das irgendjemand hobbymäßig macht. Ja, und da die Produktionskosten relativ gering sind, weil da keine großen Maschinen für benutzt werden, und so weiter und so fort. Dementsprechend ist natürlich das Produkt auch nicht so schön. Ja, das ist ganz klar, weil logischerweise, es gibt einen Grund, warum die so teuer sind. Es gibt einen Grund, warum die Maschinen, die dafür verwendet werden, so teuer sind, weil die die eben fast perfekt hinkriegen. Das kriegt man natürlich privat nicht hin. Ja, das ist aber auch gar kein Ding. Es geht ja hierbei auch nur ums Metall. Das heißt, letzten Endes, was können wir uns merken? Eigentlich lohnt sich das alles. Man muss es halt für den richtigen Preis bekommen. Das hier, wenn man das für einen guten Preis bekommt, lohnt sich genauso wie das hier. Es kommt halt darauf an, was man dafür zahlt. Wie gesagt, würde ich jetzt diese Barren für 45 bis 50 Euro kaufen? Definitiv nicht. Würde ich sie für 30 Euro kaufen? Vielleicht, aber nicht gerne, sagen wir es mal so. Solche Sachen hier pro Kilo, wenn das Kilo schön gemacht ist, nicht so wie der hier, der ist ein bisschen hässlich, ich weiß, aber wenn die wirklich schön gemacht sind, würde ich sagen, da ist 20 Euro für ein Kilo auf jeden Fall nicht so viel. Ja, da kann man auch ein bisschen mehr für zahlen, 25 bis, ja, 25, denke ich mal, weil natürlich, wenn man dann für 30 auch so einen bekommt, ist das natürlich kein Vergleich. Aber, ne, wie gesagt, es gibt eben für alles auch irgendwo einen Markt und für das bestimmt auch. So, bei diesen Geschichten hier, wie gesagt, dafür würde ich eigentlich nur Kupfer zahlen. Also, da würde ich nicht mehr als den Börsenpreis zahlen. Der Börsenpreis ist natürlich nicht der Preis, den man in irgendeiner Form mit dem Metall tatsächlich vergleichen kann. Wieso nicht, weil man diesen Börsenpreis auch nicht für hochreines Kupfer bekommt, ja, wenn man das jetzt an irgendein Recyclingunternehmen verkauft, weil natürlich der Börsenpreis da das Maximum ist, was die dann dafür bekommen, wenn sie es weiterverkaufen, ja, das heißt, die können euch nicht mehr dafür geben. So, und das ist eine ganz klare Geschichte. Und dementsprechend würde ich dafür, wenn ich das auf Ebay oder sonst irgendwo kaufe, auch nicht mehr als Spot bezahlen. Viele wollen da wesentlich mehr als Spot für haben, das ist es aber leider nicht wert. Und dementsprechend würde ich das auch lassen, weil das könnt ihr euch selbst besorgen. Guckt halt einfach, wo es in eurer Umgebung vielleicht Elektriker oder sonst irgendwas gibt. Da kann man, wenn man wirklich Kupfer haben will, einfach mal in deren Abfallcontainer gucken. Das ist nicht groß eklig, ja, da ist meistens Plastikfolie drin, sonst gar nichts und halt Kabel. Das ist das, was da normalerweise drin ist. Bei einem Supermarkt werdet ihr wahrscheinlich nichts finden. Die Container sind dann vermutlich auch nicht so sauber, aber da gibt es auch kein Kabel. Also warum da reingucken? Ja, das ist immer so diese Geschichte. Ja, aber in den Mülltonnen zu gucken ist widerlich. Alter, die Mülltonne ist innen drin wahrscheinlich am besten auch noch lackiert und was weiß ich was bei Elektrikern. Da habe ich noch nie eine Mülltonne von einem Elektriker gesehen, wo wirklich Industrieabfall reinkommt, wo irgendwas anderes drin war als Plastikfolie und Gabel. Also, Leute, alles gut. Das kann man definitiv machen. Das ist nichts großartig Schlimmes. Natürlich müsstet ihr gucken, wie es da mit euren lokalen Gesetzen irgendwie aussieht. Weil es kann sein, dass das illegal ist an manchen Orten. Also macht da keine irgendwelche dummen Fehler. Das wollen wir jetzt nicht. Natürlich ist es so, dass niemand einen Rechtsstreit gewinnen würde dafür, wenn ihr jetzt jemandem Kabel aus dem Müll nehmt. Weil, naja, die Person hat diesen Kabeln ja den Wert 0 zugeschrieben, mit dem sie weggeworfen hat. Und, naja, man kann irgendwie nur einen Schaden kreieren, wenn es auch was gibt, was beschädigt werden kann. Und wenn etwas in Wert 0 hat. Egal, will ich jetzt nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall, da solltet ihr gucken, dass ihr euch da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten bringt. Aber ansonsten kann man das durchaus machen. Muss man halt, wie gesagt, gucken, wie die Gesetzeslage ist. Aber dann geht das. Und würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte es euch so ein bisschen erklären, wie so meine Denkweise dazu ist, was es an Kupferbarren sich lohnt, zu kaufen unter Umständen, für wie viel Geld und so weiter und so fort. Und was irgendwie sinnvoll ist und was vielleicht auch überhaupt nicht sinnvoll ist. Und natürlich ist es schwer, bei diesen Barren irgendwas zu finden, was wirklich sinnvoll ist, wenn man sich nur auf den Kupferpreis bezieht. Aber wie gesagt, es gibt eben auch diesen zusätzlichen Barrenpreis einfach, weil diese Produktionskosten von diesen Dingern einfach sehr, sehr hoch sind. So, damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Alles Mögliche, was ihr sonst noch so an Fragen und so weiter zum Thema oder zu irgendwelchen anderen Themen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Beantworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Super gerne natürlich auch das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen. Sehr gerne auch Mitglied des Kanals werden, wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, als ihr es sowieso schon tut. Und sehr gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.